Hallo, ich bin Sebastian aus dem Soundhaus in Lübeck. Heute möchte ich euch die T-Burton Maiden Gitarre vorstellen. T-Burton ist eine Gitarrenmarke, die von dem polnischen Importeur Kiesilewski importiert wird. Und die Gitarre selber ist eine Dreadnard mit laminierter Fichtendecke, einem Partisandergriffbrett und Steg und großen gekapselten Mechaniken. Der Vorteil dieser Gitarre ist, oder das Besondere an diesen Gitarren ist, dass sie mit allen Sorten LR-Bax-Zonehnehmer ausgerüstet werden können, weil Kiesilewski der Importeur von LR-Bax-Gitarren ist. Zum Pick-Up der Maiden. Hier ist verbaut der LR-Bax Stage Pro Element. Das ist ein Piezo-Pick-Up, dessen Besonderheit darin liegt, dass die Abnahmefläche nicht nur unterm Stich liegt, sondern dass der auch teilweise wie ein Kontaktmikrofon wirkt, was man hört. Es gibt hier noch ein Pick-Up-Signal. Er verfügt über einen Drei-Band-Klang-Ring, einen Lautstärkeregler, einen Phasendreher. Phasendreher sind dann wichtig, wenn man mit einer Monitoranlage zum Beispiel spielt, dass man sich vorstellt, man hat entweder das Gitarrensaal-Plus-Verstärker oder das Gitarrensignal-Minus-Verstärker. Das führt zu einer, wenn man den einschaltet, zu einer größeren Rückkopplungssicherheit. Darüber hinaus gibt es einen Notch-Filter. Notch heißt Kerbe, das ist also ein umgekehrtes Wawa. Man kann das auch hören, wenn man den benutzt hier. Wie sich der Ton verändert, da wird also ein schmales Frequenzband ganz eng abgesenkt, sodass die Rückkopplungsfrequenzen verschwinden. Dann hat das Ding ein Stimmgerät. Das ist ja immer sehr praktisch auf der Bühne, mit dem man also Lautstärke leise drehen kann und stimmen kann. Die Main gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben, zum Beispiel hier in schwarz. Mattschwarz, was sehr schön aussieht mit einem Holzbinding. Wichtig ist auch die Information, dass diese Gitarren alle mit Dardario EXP-Seiten kommen, die also bis zu viermal länger halten und nicht so schnell dumpf werden. Und jetzt noch ein Stück. Musik 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 Nochmal eine kurze Zusammenfassung, die T-Burton Maiden, hier in der Ausführung mit einem LR Backstage Pro, ist eine preiswerte, brauchbare Gitarre mit einem guten Sound und vor allem mit einem guten Pickup Sound. Musik Musik